ja willkommen mein name ist daniro lp und ich begrüße euch zurück zur let's play tales of hysteria in der letzten folge haben wir die galat ruinen erkundet und wir scheinen hier noch nicht am ende zu sein okay ich dachte miklo scheint uns zu folgen wir haben einen bogen gefunden der was mit amortisieren zu tun hat und ja wir sind dann wieder auf unsere wege wir haben für alicia und also jeder hätte eine neue art erlernt aber ich habe es jetzt nur arzt hier so als kreisarzt entdeckt für so rei und alicia hier kann jetzt dämon zahn einsetzen okay und sagt man halt wie viel aus weil mich verbraucht vorher den gegen stehen stoß für euch angreifen super so gut da die beide gleichzeitig reden hat was von fusionen aus dragon ball eine stoßanzeige wird irgendwie nicht weniger mutter gesagt oder mutter 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 mumann alicia hat zwar ihre natürlich so ein stress hier in die länder schon wieder wenn ihr mal ja auch platt michaelio timing yossi da wo leider bei ck Das war's für heute. Was ist das? Was ist das? Ich bin der Mann, ich bin der Kliro. Ich bin der Kliro! Ich bin der Kliro. Ich bin der Kliro. Ich bin der Kliro. sehr schön könnte mir etwas freiraum lassen die beiden sind hier am frecken er schafft das von oder ja und so weiter leider auch leider ich habe ja einfach zu wenig die kamera das können wir nicht machen dass meine beiden hier wieder belegen die kamera ist manchmal so vollkommen verkorkst na oh mein gott ja ja Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin so glücklich, was ich? Ah, Alisha, was du? Ja, ich kann nicht nur sagen, ich kann auch sehen. Alisha, hast du gesehen? Ich bin sicher, dass die Kraft des Slay haben. Ja, ich habe es auch gut gemacht. Vielleicht hat er der erste Foto gewonnen. Ich bin einig. Der Knapp. Ich bin einig. Danke, Frau. Ich bin einig. Ich habe es nicht geholfen. Ich bin einig. Pfff! Na, das ist jetzt! und kann sich ein weiterer seraph anschließend und kam am amortisierten zustand allein um die amortisierung aufzunehmen schon wieder was neue art neuen titel neue kampfaktionen freund des nebenherrschers göttliches ob wasser und ap na das war so erstmal männer und männer und frauen und frauen so warte mal figuren wechsel kann ich jetzt nicht was hat neue da ist nicht wahrscheinlich eine figuren wechsel nehmen hat so eine neue art ich kann weiter zu meiner neuen einzusetzen roste auf dem beisein ist jetzt alles klingel beschwert und das hier wir können da mond dämon zahlen ok titel glaube ich hier hätte welche habe ich jetzt bekommen freund des nebenherrschers das gibt verteidigung möchte ich auch nicht möchte art angriff haben wir erst mal gucken wie weichert auflernen kann dann sehe ich ja wie ich das handhaben werde habe ich ihnen hier habe ich den erdringen gegeben ich glaube nicht oder habe ich hier weiß gar nicht mehr jetzt war während warum stecken hier immer noch neu überall da kostet einen an mit leo genau du hast ja alles voll das ist gut wenigstens auf einen kann ich mich hier verlassen auf feuerung ist wahrscheinlich nicht so eine gute wahl verdammt das genau gleiche mit verteidigung sind immer den und er gibt mir auch noch einen sehr gut ich glaube ja was gut sehr gut michael ist jetzt bei uns und wir können jetzt mit ihm funktionieren das hat nicht schön für stoß haben wir viel ok wo jemand als erst lang nach rechts dieses mal wenn ich würde wenn der lab schon wieder bekommen haben und es war zu tun ist wasser mein gesicht schmeißen aber ich kann das wasser einsetzen ach ich kann wechseln schatzdetektor ja das weiß ich okay ich kann im kampf einsetzen welcher seraph mehr zur seite steht damit ich mit beiden funktionieren kann sind anscheinend weiß man über kämpfe heute der erste feind den du im kampf physik wird mit doppelter wahrscheinlichkeit objekt fallen lassen wenn du bestimmte ausrüstung gegenstände brauchst kannst du mir fehlt angriff bündel einsatz um fein mit diesem objekt anzugreifen ok sehr gut ja schon zu wissen der erste gegner plötte von den krieg die beute ist wahrscheinlich werden stein die idee ist also was von für mich leo ja sehr gut ich meine seine werte an muss ich auch haben niemand hier so ein feuer dingen da er kriegt nirgendwo hat feuer dinge was max wo stand max kampf stiefel dann wächst noch mal nämlich an noch mal so man bringt ja nichts die gleichen klamotten hier noch mal zu tragen nehmen wir die einfach da wird jetzt schwierig halt darum kann ich weil sie die schon maximierten sachen geht mir das jetzt dafür weiß ich nicht eigentlich blöd hier irgendwie einfach werden schon ohrringe eigentlich auch blöd aber egal wie ich sagen kann ich habe schon mal ein paar sachen maximiert wir kommen ja voran selbst so als bärt jetzt zu kritisch jetzt hatte ich jetzt ein zwei sachen nicht an ab die jetzt voll maximum sind ich dachte erst du bist ein blutegel an dieser entschuldigung ich bin was macht dunkler mit feuer ausjahre teufels für allein sie sagt uns noch nicht alles war die hirten deswegen weil sie nicht acht da wird schon sagen ich habe gehört sie sagt uns noch nicht alles über die hirten deswegen kriegt sie so ein paar teufels wenn ich jetzt nach oben drücke dann wechsle ich zu leila und links zu mit sich aber wieder aufladen das ist schon wieder dinge ist gut damals da max sehr doof ich weiß lasst mich lasst mich es wirklich nämlich was ich habe ich hoffe hier kommt kein gegner was ich hier sondern noch mal zwei sich was fehlt in der mitte irgendwo her kriegen hier zum beispiel er bekommt den mittleren effekt durch irgendwas anderes gut dann kriegst du den leeren ring damit kriegst du jetzt weiß ich nicht welchen effekt alle werte plus 20 ach ja stimmt aber das schon mal gut wir nehmen jetzt einfach das gut war immer noch irgendwo feuer ich krieg das nicht ich glaube er ist gut da habe ich irgendwo gesehen hier ja weiter das ist so komplex ich hoffe danach kann ich erstmal rausgehen und ein bisschen mal wenn ich steigt farben oder trainieren aber ich sehe so ein paar aktionssachen freischalten und kleinigkeiten ich hoffe dass wir nehmen den ganzen pool mit okay Mein Handschuh hat eine Vision. Gute! ja ich dachte wir können jetzt auch sein von sind wir mit einem damen sehen ja so ein damen sehen müssen wieder fünf stunden da verweilen ich sehe da kommen jetzt aber noch nicht den schnitt machen ich will erst mal noch gucken wohin das führt hier ja ich bin ein damen sehen Achso, ich habe wieder geschaut. Mikulio? Ich habe mich so schwer. Ich habe mich nicht mehr aufgerufen. Ich habe mich zu erzählen, dass ich in der Kirche eine Hand verlesen habe. Haha, ich habe mich nicht mehr verletzt. Ich kann mich nicht mehr verletzen. Ich kann mich noch nicht mehr fühlen. Ich bin mir normal. Ich muss mich nicht mehr verletzen und die Menschen zu verletzen. ja ihr seid meine bitches okay oder was habe ich bekommen oder ihres stein jemand schreibt wir haben besessen ein buch davon bekommen wand stehen wir nicht im weg warum nicht wer mit geld es geht es halt ja leider war ja 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 Ich bin so sehr gefühlt. Aber ich bin sehr nah. Ja. Ich bin der erste Mal ... Ich bin der Flügel. Also, ich bin ein Freund, aber ich bin zu mir. Ich bin zurück, aber ich bin ein Freund für dich. Ich bin mir Fussisch in ihrem Sinn, bitte. Ich bin der Ere Person, aber ich bin ein Freund der Sahnya und bei mir, dass ich mich für ein Freund habe, genau wie die geilen cdu sonst noch was was war denn das gleich noch welche dann gucken wir mal was ich noch kaufen kann und so oder verbinden so verschmelzen das finde ich immer so doof weil das blöde an solchen sachen ist warum sollte ich mir mühe machen so waffen zu verbessern wenn ich sowieso in der nächsten stadt gehe und mir neue sachen hole sehen sich da irgendwie nie weiß ich sehe mich dann irgendwie was neues zu kaufen versteht ihr dann gehe ich einfach in der nächsten stadt holen die besseren sachen ich meine hallo hallo die bernstein schwer dass die bomber ja wir kriegen genug bernstein ohrringe bernstein schleife ja was bedeutet das sind jetzt billiger oder kann ich jetzt mehr kaufen so viele sachen wie möglich hier vorher schon erzählt um zehn punkte mal ein wieder als offscreen ja besitzt verdammt die einfach nicht offscreen einfach hier so wir haben jetzt hier manche die effekte sehen verdammt man hat mal mit dati verbinden dann haben wir ein stein schwert plus 1 mit der schaden ein bisschen erhöht und ich kriege art verteidigung dann was ist so doof weil ich mag es nicht mehr so zahlen irgendwie dahinter stehen ja das war das gut kann ich irgendwie mal verkaufen sachen nicht überhaupt ich brauche ich habe ganz viele bernstein monturen es ist noch ein effekt da kann ich unmöglich gebrauchen es hat einen effekt war das kann ich ja gar nicht gebrauchen ich glaube ich verkaufen so wie ich das hier haben einige sachen zum beispiel immer die sachen zum beispiel feuerring haben zum beispiel immer feuerschaden reduziert plus noch irgendetwas anderes wenn er besser ist also kann ich ja wohl die sachen die noch ein ding namen wo ich verkaufe und welch offscreen irgendwie nachgucken wie ich das mache ich jedenfalls erstmal speichern und ich gucke mal ob ich das gebiet verlassen kann also darmsee werde dann vielleicht so weiß ich ein paar aktion sagt ja antreiben weil ich kombo treffer und so werde ich wahrscheinlich nicht aber ja ich werde diese abwehraufladung ein paar mal machen mit weit hinter uns haben in der ganzen herr die benutzungen einsätze wahrscheinlich bringen die augen gewalt wenn ich die ganz oft einsätze deswegen mache ich das auch noch und ja so ein bisschen alt ich würde dann sagen wir sehen uns in der nächsten fall von let's play tales of hysteria ich bedanke mich alle herzlich für zuschauen und sage tschüss bis zur nächsten folge ja 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 ja